ARD Text im Auftrag von Funk Also, an der Nummer musst du wirklich noch ein bisschen arbeiten. Was macht denn die überhaupt hier? Bereist du? Ich dachte, es ist endgültig Zeit, bei meinen Eltern auszuziehen. Hast du denn schon was Neues? Naja, ich dachte, ich ziehe zu dir. Was dann? Einen doppelten Espresso, bitte. Immerhin heiraten wir. Da ist es doch normal, dass ich... Kannst du bitte auch mal was dazu sagen? Ich finde, das ist eine ganz hervorragende Idee. Ey! Von wie aus können wir los? Nach Hause? Schlimm, wenn du schon mal ohne mich fährst. Ich würde mich gerne noch um mein Brautkleid kümmern. Auch gut, dann helfe ich dir bei der Auswahl. Auf gar keinen Fall, das bringt Unglück. Oh nein, dann sag mal bitte nicht, du stehst auf sowas. Naja, sagen wir mal so, bei wichtigen Ereignissen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Sag doch mal hier. Außerdem weiß ich ganz genau, wer mir helfen wird. Langweilig. Die sehen aus wie Werbefotos für einen Drogeriemarkt. Bist du da nicht etwas überkritisch? Da hättest du mal eben die Heilige Elisa mithören müssen. Hey, du treulose Tomate, einfach meinen Anruf wegdrücken, das geht ja gar nicht. Wir sprechen später weiter, ja. Marlene, meine Liebe, hat dir niemand beigebracht, dass es etwas zu bedeuten hat, wenn dein Anruf weggedrückt wird? Dass derjenige sein Telefon nicht bedienen kann? Was gibt es, dass du so penetrant nervst? Ich brauche deine Hilfe. Ah, und das soll jetzt meine Belohnung sein, das ist ja großzügig. Brautkleid-Alarm bitte, du musst mich unbedingt beraten. Äh, das heißt, zwischen Tristan und dir ist alles wieder am Rhein? Marlene, ganz ehrlich, das ist die beste Nachricht des Tages. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Du gehst mit mir shoppen sofort. Falsch. Ich lass dir das Brautkleid von LCL entwerfen. Was sagst du? Nur zwei Worte. Nein, danke. Nein, danke? Äh, du nimmst mich auf den Arm. LCL entwirft exklusiv das Märchenportlett für den Musicalstar Marlene von Lahnstein. Das kannst du nicht ablehnen. Doch, du hast nämlich eine klitzekleine Kleinigkeit vergessen. Wer würde denn das Brautkleid entwerfen? Richtig, Rebecca. Sie ist Profi, sie wird absolut kein Problem damit haben. Du hast aber auch schon mal besser gelogen. Und abgesehen davon habe ich ein Problem damit. Tanja, sie war in mich verliebt. Und du ein klitzekleines bisschen an sich? Das ist völlig unsensibel und geschmacklos. Für jeden von uns. Schon gut. Für Tristan. Schon gut. Ich gehe trotzdem nicht mit dir shoppen. Ich muss ganz schnell eine Strategie finden, um LCL wieder ganz nach oben zu bringen. Tja, klingt zumindest so, als hätte ich die wesentlich angenehmeren Probleme. Ich finde es immer noch nicht in Ordnung, dass ausgerechnet du mit mir das Poppack kaufen gehst. Wenn es denn dann mal dazu käme. Ja, es war eben keins perfekt. Ist vielleicht auch besser so. Es ist ein ganz schlechtes Omen, wenn der Bräutigam das Kleid vor der Hochzeit zieht. Uh, und dein Aberglaube. Printkampagnen und Plakatierungen müssen mehr in den Fokus. Fragt sich nur, wann diese Maßnahmen greifen. Das reicht nicht. Wir brauchen ab sofort eine Gewinnmaximierung. Ich dachte immer, ein Gutmensch wie Elisabeth hat Verständnis für die Situation der letzten Monate. Nun, ich habe gleich einen Termin mit einem Stoffdesigner, wenn ihr auf mich verzichten könnt. Ich will ja nicht provozieren, aber in einem hat Elisabeth recht. Du hattest schon mal mehr Biss. Die Inzestkampagne war zwar geschmacklos, aber erfolgreich. Clarissa, uns läuft die Zeit davon. Ich schlage vor, du bringst dich mit ein paar konstruktiven Bemerkungen ein. Nun, ich wollte dir nur die Chance geben, selbst auf das naheliegende zu kommen. Könntest du Klartext reden? Was hältst du davon? Neue Chefdesignerin. Entwirft Brautkleid für Geliebte. Das wird die Verkaufszahlen in die Höhe jagen. Was meinst du? Ich glaube, dann wird es so aussehen, wie nach einer halben Hochzeit es dort der Geschmacksrichtung bist du hier. Bitte, was weißt du? Das Kleid ist ja wohl der absolute Traum. Ey, du meinst ja wohl hoffentlich einen Traum. Tada! Tada! Super! Wunderschön! Gern? Ja. Wie schön. Dann hast du meine Bilder ja bekommen. Hab ich. Wer immer dir diesen Ausbund an Scheußlichkeit aufgezwungen hat, verklag ihn. Oh, warte Sekunde, es klappt jemand an. Kim, ich hol dich schnell dazu. Na, Zwerg? Gefällt dir wenigstens mein Outfit? So geil! Ich hab mich weggelacht. Ich glaub, du verstehst das nicht. Marlene meint es tot ernst. Ne, komm. Das kannst du echt nicht bringen. Davon kriegt man Augenkrebs. Und du verlierst mit einem Schlag all deine Freundinnen. Und deine Schwestern gleich dazu. Ach komm, dann ihr seid doch nur neidisch. Nein. Ich muss jetzt auch leider aufhören, ich muss weitermachen. Die haben fantastische Brautjungfankleider für euch. Tschüssi, Süßen. Böses Mädchen. Gern das so. Ich wollte nicht lauschen, aber ich zeige ihnen natürlich gerne auch die Brautjungfankleider. Ja. Das ist total nett. Es ist nur leider so, dass unsere Zeit nicht mehr ausreicht. Ich verstehe, Frau von Lahnstein. Sie sind auch Marlene von Lahnstein. Ja. Ich werde allerdings keinen Kommentar zum Artikel in der Glanz und Gloria abgeben. Ich liebe meine verlobten Freundinnen. Natürlich. Es ist nur so, wir sind glühende Fans von Ihnen. Und wir freuen uns, dass Sie in einem von unseren Hochzeitskleidern heiraten wollen. Ja. 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 Ich habe noch mal in Ruhe über meinen Vorschlag nachgedacht. Ohne störende Emotionen. Meine störenden Emotionen nennt man freundschaftliche Gefühle. Schade, dass du sowas nicht zu haben scheinst. Sprichst du jetzt etwa über uns? Gott bewahre, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Marlene ist meine Freundin. Ich werde ihr nicht vor den Kopf stoßen, nur damit wir mehr Presse haben. Wenn ihr wirklich so gut befreundet seid, dann weiß ihr, wie du tickst. Das wird sie verstehen. Marissa, Ende der Diskussion. Jetzt verhältst du dich aber nicht sehr konstruktiv. Wir können uns ja später noch mal zusammensetzen, wenn du willst. Heute Abend habe ich ein Familientreffen, das geht vor. Und außerdem glaube ich, Elisabeth erwartet von dir eine Lösung. Mir wird was einfallen. Ja, dann. Bis morgen. Viel Erfolg. Hallo, was ist das denn? Manche denn ist ein Brautkleid, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bring das bitte mein Ohr. Was hätte ich denn tun sollen? Zwei Fans von mir das Herz brechen? Das tust du spätestens, wenn sie in der Zeit umlesen, dass du dich umentschieden hast. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Dann ist es wohl das Beste, wenn du bei einem Kleinen bleibst. Auf gar keinen Fall. Wir haben uns ja richtig schön in den Leben benommen. Und weißt du was, genau dafür liebe ich dich. Und ich liebe dich dafür, dass du bei so einem Blödsinn mitmachst. Wir rufen jetzt an. Na ja, ich habe die passenden Schuhe und den passenden Beutigam. Und jetzt brauche ich noch die passende Trauzeugin. Dann ja. Hm, bei Telefon, wie romantisch. Warum nicht gleich per SMS? Ja, stimmt, da ist was dran. Ich sag's dir dann persönlich. Ja. 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 Ich würde gerne den Chefredakteur der Glatz und Gloria sprechen. Ich will nicht gestört werden, auch nicht von mir. Dabei trage ich noch nicht bei meinem Brautkleid. Marlene, was machst du denn hier? Was ist das? Sag mal, hast du nicht mehr Zeit auf deine Hände zu gucken? Ich habe angekündigt, dass ich komme und, dass du eine Flasche Champagner kaltstellen solltest. Gut, dass ich noch eine mitgebracht habe. Meine Güte, Tanja, du siehst ja völlig abgestresst aus. RCL fließt dich noch komplett auf. Du solltest wirklich ein bisschen mehr auf dich achten. Marlene, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit. Und was gibt es schon wieder zu feiern? Ich habe eine Trauzeugin gefunden. Das ist schön für die Trauzeugin und schön für dich. Ich meine natürlich dich damit. Ups. Und? Was sagst du? Mit Tanja, mit dir ist es heute wirklich gar nichts anzufangen. Das ist nicht so geheimnisvoll. Sag mir, dass du nichts damit zu tun hast. Ich gehe also in einem sa Чтобы. Was glaube ich. Woanders sind nicht so geheimnisvoll. Stellen Protectionst Test